ja hallo ich bin das mtex wookie und ich spiele hardcore herrschaft auf der karte showdown von dem kartenpaket nemesis ja eine der besten karten wie ich finde von dem neuen paket da ist immer was los dass man kann sich nicht so großartig verstecken gegner sind auch immer da vorausgesetzt man trifft was bei mir weiter nicht immer der fall ist aber es geht ganz gut mal schauen ja was war da los er sieht dich nicht naja abschüsse sind jetzt gerade nicht so aber das ergebnis wird sein 50 33 glaube ich und ja wie gesagt mit dem verstecken ist es nicht so und aber das wird schon glaube ich das hätte eigentlich alles rausschneiden soll aber dann seht ihr wenigstens das ganze spiel und nicht zusammengeschnittenes zeug abonniere 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das IMS, der beste Freund, Safety first Herzlichen Grund, zweimal, nochmal Und da ist er, wenn der jetzt nichts bringt, aber dann untergriffen, jetzt geht's los, auf der kleinen Karte muss der was bringen, Signal bricht ab, kannst leider nicht so rumfliegen wie du wirst, aber mal schauen Ja, ja, die Dani wird immer von hinten erschossen, wie ihr hört Ja, diet die signage ist, nachher ist, aber na sowas难 gesagt, wir sind in der待ierung wie du wirst, die diekiname sehrsqueосто 真的 in deputyボタ von den ganzen abschuss serien ist der griffen eigentlich finde ich fast am besten wenn das signal nicht gleich abrecht wenn man nur bedingt rumfliegen kann aber wenn dann ist der eigentlich ganz gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020